Ey Günther, hast du schon gehört? Es kommt einfach ein neuer Spider-Man-Film und der wird auch einfach ein Sequel zu den anderen Filmen. Was? Außerdem haben wir demnächst ein Spin-Off zu The Walking Dead. Wie krass ist das denn? Wovon redest du? Wie fandest du eigentlich das Remaster vom ersten The Last of Us? War schon ein Unterschied, oder? Bro, was meinst du? Und sind wir mal ganz ehrlich, mit Crossovern ist DC in dem Arrowverse einfach nicht zu schlagen, oder? Digga, ich hab wirklich keine Ahnung, wovon du hier redest. Bist du wie Günther und hast absolut nichts von dem verstanden, was ich gerade gesagt hab, dann bist du hier auf diesem Video richtig. Denn mittlerweile gibt's im Film, Serien, natürlich auch im Videospielbereich so viele Begriffe, vor allem halt auch englische Begriffe, die einfach inflationär verwendet werden und mit denen man halt auch als Fan der Serien oder Filme auch was anfangen müsste oder sollte oder könnte. Und in diesem Video möchte ich diese Grundbegriffe einfach mal ganz simpel erklären, mal ganz kurz ein paar Beispiele nennen, damit vielleicht der ein oder andere, ähnlich wie Günther, demnächst auch mal im Freundeskreis sich mitunterhalten kann. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, wie gesagt, es gibt unfassbar viele Bezeichnungen in Bezug auf Filme, Serien und auch in Bezug auf Videospiele. Ich hab mir mal ein paar rausgeschrieben, die so für mich persönlich am häufigsten benutzt werden, die man am häufigsten hört und die halt in manchen Gesprächen unter Film, Serien und Spielefans gerne benutzt werden. Fangen wir einfach mal an mit dem Reboot. Ein Reboot ist quasi eine Neuverfilmung in Bezug natürlich auf Spiele, eine Neuverfilmung vom Alten mit neuen Elementen. Als Beispiel für ein Reboot würde ich zum Beispiel einfach mal die Godzilla-Reihe nennen, denn die Geschichte von Godzilla kennen wir natürlich und sie wurde jetzt kürzlich in Bezug auf Godzilla vs. Kong und Kong in ein ganz eigenes Universum, sag ich mal, gesteckt. Ja, denn es gibt ja ungefähr 5000 Godzilla-Filme, die alle quasi den gleichen Anfang haben, okay, da ist irgendein Monster und es ist irgendwie böse und es möchte die Städte vernichten und irgendwie sowas in der Richtung. Aber mit jedem Film kommt ja oftmals ein Reboot, also auch ein Neustart im Deutschen übersetzt, der einfach sagt, okay, wir machen hier einen Cut von dem Alten und machen aber mit dem Alten was Neues, nur einfach mit besseren Effekten, mit neuen Schauspielern, mit einer vielleicht verfeinderten Story und und und. Anderes Beispiel, was aber mittlerweile nicht mehr so ganz der Fall ist, wäre zum Beispiel Spider-Man, also der MCU Spider-Man, Spider-Man Homecoming, denn das war anfangs logischerweise irgendwie ein Reboot. Man hat die alten Filme einfach außen vor gelassen, man hat gesagt, wir nehmen Spidey wieder und packen ihn in ein neues Universum, geben ihm einen neuen Schauspieler, eine neue Rolle und auch ein bisschen verfeindertes Story. An und für sich war auch The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield auch schon ein Reboot der Spider-Man-Reihe, aber sagen wir es mal so, nach Spider-Man No Way Home kann man sich da jetzt streiten, weil ja irgendwie doch alles jetzt miteinander zusammenhängt, aber irgendwie auch nicht. Kurz gesagt, Reboot ist ein Neustart einer Filmreihe oder eines Films, man nimmt sich an dem alten Film ein Beispiel und packt neue Sachen rein und macht es eventuell besser. Wie ein Rezept, was man nochmal verfeinert. Kommen wir als nächstes zu einem Remake bzw. Remaster. Ist schon ähnlich, aber doch noch ein bisschen verfeinert anders, aber ich fasse es hier einfach mal unter einen Teppich. Remake und Remaster ist tatsächlich eher im Gebrauch bei Spielen, denn ein Remake ist im Prinzip, wir nehmen das Alte und machen es 1 zu 1 gleich, nur neu und schön. Was bei Serien halt schlecht geht und auch bei Filmen eher schlecht geht, es werden selten 1 zu 1 Filme übernommen und einfach nur nochmal überarbeitet, passiert auch. Rein theoretisch ist auch Star Wars, also die erste Triologie, irgendwo ein Remake, weil es ja nachher mit CGI verfeinert wurde und so. Heißt, rein theoretisch müsste es auch als Remake gelten, aber Remakes sind vor allem in der Spieleindustrie bekannt. Nehmen wir als Beispiel The Last of Us. The Last of Us 1 kam für die Playstation 3 raus. Ja, 3. Und die Grafik war dementsprechend, heutiger Stand, scheiße. Damals war es natürlich top, aber sie haben sich gedacht, so, jetzt mindestens zu The Last of Us 2, aber auch schon früher kam mir glaube ich das Remake. Wir nehmen das Spiel, polieren es im Prinzip einfach nur nochmal auf und machen es schöner, die der neuen Zeit mehr angemessen. Story ist gleich geblieben. In manchen Fällen wird es nochmal ein bisschen verändert, also gibt es kleine Punkte, die vielleicht einfach verbessert werden. Heißt, ein Remake, Remaster, auf Deutsch quasi neu gemacht oder aufgefrischt könnte man es jetzt auch einfach nennen, ist einfach, man nehme das Alte, lässt es im Grunde gleich und macht es einfach nur schöner. Wie ein Auto, was man restaurieren würde. Kommen wir jetzt nächstes zum Punkt Spin-Off. Ja, Spin-Off ist im Prinzip, deutsche Übersetzung wäre losgedreht, mehr oder weniger in die Richtung. Ein Spin-Off ist nämlich ein Ableger einer Haupthandlung, sowohl im Film, als auch im Spiel, als auch in der Serie. Spin-Offs sind meistens in Serien eher vertreten und auch in Spielen tatsächlich, aber Filmen eher weniger. Spin-Off erklärt ist für mich am besten mit The Walking Dead. Es gibt The Walking Dead, die Hauptserie, die Mutterserie. Und dann gibt es The World Beyond, Fear the Walking Dead, demnächst bekommen wir Rick und Michonne Serie, wir bekommen die Daryl Dixon Serie und wir bekommen Negan und Maggie. Das alles sind Spin-Offs, quasi alles Ableger der Hauptserie. Weiteres Beispiel wäre Breaking Bad mit Better Call Saul, wäre auch ein Spin-Off. Kurz zusammengefasst, ein Spin-Off, zu Deutsch quasi Ableger, einfach mal würde ich sagen, ist im Prinzip eine eigenständige Serie, Film, Spiel, was aber auf einer Hauptserie, Film, Spiel basiert. Und einfach quasi eine andere Geschichte erzählt, aber sich im selben Universum aufhält. Als nächstes haben wir das Prequel und das ist wahrscheinlich mit einer auch der verbreitendsten Sachen, die man eventuell hört. Ein Prequel ist mehr oder weniger eine Vorgeschichte. Wir haben quasi einen Hauptfilm, meinetwegen ein Film, der 2000 rauskam und 2010 kommt ein Film, der aber vor der Handlung des Hauptfilms spielt. Somit wurde das quasi zu einem Prequel. Um ein paar kleine Beispiele zu nennen, wir haben die X-Men-Reihe, X-Men 1, 2 und 3, beziehungsweise Letztes Widerstand. Das ist die Haupt-Triologie. Danach kamen dann andere Filme und dann ganz, ganz später kamen ja dann X-Men Erste Entscheidung und X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Und das waren alle Filme, die quasi vor, also die sich vor der Haupthandlung der X-Men-Filme abgespielt haben. Also ein Prequel. Ähnlich wie bei den neuen Star-Trek-Filmen, die ja auch ein Prequel sind. Also kurz zusammengefasst, Prequel, also Vorgeschichte, ist ein Film, der die Geschichte vor einem Hauptfilm erzählt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der ist, finde ich, ein bisschen useless, bin ich ganz ehrlich. Und zwar ist es ein Midquel. Das Panor zum Prequel. Ein Midquel ist im Prinzip ein Film, der ein Zwischenstück bildet. Bin ich ganz ehrlich, kommt in meiner Meinung nach selten vor, weil ich persönlich bin der Meinung, entweder man hat einen Hauptfilm, der in der Mitte der Zeitlinie spielt. Dann hat man ein Prequel, was davor steht. Und ein, da kommen wir gleich später zu, was danach steht. Deswegen finde ich Midquel so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich finde die Bezeichnung auch nicht so schön. Die hört sich nicht so gut an. Aber um es mehr oder weniger zu erklären, ich habe jetzt auch tatsächlich kein Beispiel dafür für ein vernünftiges, erklärtes Midquel. Ich würde es vielleicht sagen, es ist mäßig wie ein Übergangsfilm. Nehmen wir mal als Beispiel das MCU. Als Beispiel nehmen wir als Hauptfilm Endgame und Infinity War wäre ein Midquel vielleicht zum Beispiel Ant-Man and the Wasp. Ein Film, der dazwischen spielt, der auch die Handlung irgendwie schon mit einbezieht, aber nochmal für sich selber spielt. Aber wie gesagt, ich finde diese Bezeichnung irgendwie ein bisschen unnötig. Ist nicht so meine Lieblingsbezeichnung. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gehört, dass irgendwer irgendwas als Midquel bezeichnet. Ist eher so nicht so der Fall. Aber um es kurz zu erklären, wäre ein Midquel quasi ein Zwischenstück zu einer Filmreihe. Es müssen halt mindestens auch mehrere Filme dazu existieren. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ein Midquel wäre irgendwo halt auch ein Spin-Off. Weil es halt anscheinend ja mittendrin spielt, aber halt nicht zur Haupthandlung gehört. Ist ein bisschen verwirrend. Ich mag es, wie gesagt, auch nicht so sehr. Der nächste Punkt ist dann wieder was anderes. Und das ist quasi, wie gesagt, Prequel ganz am Anfang mit Quill in der Mitte. Und dann kommen wir jetzt zum guten Sequel, was eine Fortsetzung ist. Ja, ist halt so simpel wie genial. Halt, es gibt einen Hauptfilm. Das Prequel ist da vorne. Das Sequel ist danach. Als Beispiel bleiben wir beim Star Trek Beispiel. Die Serie Picard ist mehr oder weniger sowohl ein Spin-Off als auch ein Sequel, weil es danach spielt. Aber halt auch nicht direkt zu der Filmreihe gehört oder zu der Serienreihe gehört. Sagen wir mal so. Aktuelle Beispiele für Sequels wären zum Beispiel Top Gun Maverick. Es spielt nach dem Hauptfilm, aber erzählt auch die Geschichte danach weiter. Ähnlich wie, na auch wenn es vielleicht nicht so krass gut ist, Matrix Resurrection. Was ja auch ein Sequel der Haupt-Triologie ist. Also um es kurz zusammenzufassen, Sequel, also Fortsetzung, bedeutet quasi einfach nur ein fortführender Film. Also meistens ist es aber, wie gesagt, nicht eine direkte Fortsetzung, sondern eher, man ist in einer weiteren Zeitspanne. Also einfach die Geschichte danach, mehr oder weniger. Als Beispiel bei Maverick spielt ja auch nicht direkt nach Top Gun, sondern ja Jahre später. Deswegen ein Sequel. Der nächste Punkt wäre das Crossover. Und ja, mir ist auch relativ simpel gehalten, ein Crossover quasi eine Überschneidung von verschiedenen Serien. Wird meistens auch eher in Serien benutzt, in Filmen eher selten. Obwohl man auch sagen könnte, Marvel ist ein riesiges Crossover. Wäre aber ein bisschen doof, finde ich. Sie gehört ja zum Marvel-Universum. Aber hauptsächlich wird ein Crossover in Serien verwendet. Mein persönlich bestes Beispiel dafür ist DC mit dem Arrow Wars. Wir haben die Serie Supergirl, wir haben die Serie Flash, wir haben Legends of Tomorrow, wir haben Arrow und wir haben noch ein paar andere Filme. Ich glaube, Iron Fist gehört da noch zu. Und noch zwei, drei andere Serien, die auch noch dazugehören. Aber als Beispiel, wenn wir die Folgen nehmen, in denen zum Beispiel Flash bei Supergirl in der Serie auftaucht oder Supergirl bei Flash in der Serie auftaucht, handelt es sich um ein Crossover. Ganz simpel bezeichnet. Es ist ein Prinzip, man nehme aus einer Serie, einer eigenen Serie, einen Charakter und packt den einfach mal in eine andere Serie rein, die aber schon irgendwie miteinander verschmolzen sind. Natürlich Crossover können auch, ich sag mal, abgespaceder sein. Für mich als Bestbeispiel bei The Flash, wo Ezra Miller als Flash in einer Folge Flash aufgetaucht ist. War quasi ein Crossover zwischen Film und Serie, was auch schon eher selten ist, würde ich sagen. Aber ja, quasi kurz und knarrig zusammengefasst, Crossover bedeutet quasi aus mehreren Serien oder auch Filmen oder Spielen, das kann halt auch sein, nehmen wir unterschiedliche Sachen und packen die in einen, auf einen Punkt, die also quasi verschiedene Sachen, die aber in einem Punkt zusammen, zentral zusammenkommen. Ich glaube, das war ein bisschen komplizierter erklärt, ich sag's einfach mal so. Ein Crossover ist das Begegnen unterschiedlicherer Charaktere aus einem unterschiedlichen, in dem Fall Serienuniversum, beziehungsweise einem Serienabschnitt. Heißt, Flash bei Supergirl, Supergirl bei Flash ist ein Crossover. Kommen wir zum nächsten Punkt, das ist ein bisschen was Spezielleres, würde ich sagen, deswegen packe ich es auch zusammen als letzten Punkt. Und zwar ist das die sogenannte Mid-Credit-Scene und Post-Credit-Scene. Essentiell wichtiger Bestandteil jeder Diskussion unter Marvel-Fans, würde ich sagen, weil Marvel ist halt schon mit seinen Post- und Mid-Credit-Scenes einfach legendär. Kurz erklärt, Credits sind der Abspann, heißt, der Film ist zu Ende, es kommt ein Abspann. Denn quasi die Credits sind meistens in zwei abgeteilt, halt dieses einmal cinematische, schöne, dieser schöne Abspann und einmal dieser typisch schwarze Fließtext, der uns einfach die Leinwand runterfließt. Das sind quasi die zwei Credits und die Mid-Credit-Scene ist quasi zwischen diesem cinematischen Abspann und dem schwarzen Fließtext-Abspann. Und die Post-Credit-Scene, wie der Name mehr oder weniger schon sagt, post halt danach, nach den Credits, also quasi ganz, ganz, ganz am Ende, wenn wirklich alle Credits durch sind. Und danach gehört der Film auch auf. Wie gesagt, Marvel ist dafür das beste Beispiel einfach mit seinen Post- und Mid-Credit-Scenes. Das ist halt einfach legendär. Ich würde jetzt einfach mal Doctor Strange als Beispiel nehmen. Ich werde es hier wahrscheinlich mal einblenden und sagen, das ist die Post, das ist die Mid-Credit-Scene, damit ihr es auch wirklich bildlich versteht. Aber ja, das wäre es soweit zu den, ich sag mal, Filmserien und Spielebezeichnungen für Supernerds oder sowas in der Richtung. Aber ich denke, mit diesem Video solltet ihr jetzt bestens gewappnet sein, wenn ihr irgendwo in der Diskussion jemandem erzählen hört, wie krass auch das letzte Crossover war und wie hat er sich auf dieses Prequel oder Sequel freut. Wisst ihr, hoffentlich, jetzt worum es geht und ich hoffe, damit konnte ich ein paar Leuten eventuell helfen, weil oftmals gab es so Momente, wo ich, also bevor ich hierfür recherchiert habe, wusste ich manche Definitionen hundertprozentig auch nicht genau, bin ich ganz ehrlich. Großteil schon, aber zum Beispiel Reboot war ich mir nie genau sicher, was jetzt der Unterschied zwischen dem Reboot und Remaster ist. Deswegen habe ich gedacht, dann mache ich einfach mal ein Video zu. Und ja, ich möchte jetzt nicht noch länger rumlabern, als ich es sowieso schon getan habe, denn das Video wird sonst wieder viel zu lang und das möchte ich nicht. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch ein bisschen was beibringen und erklären und ich hoffe, ihr hattet dabei trotzdem ein bisschen Spaß und konntet eventuell doch noch was lernen und dabei ein bisschen unterhalten werden von mir. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn euch jetzt interessiert, was ich sonst auf diesem Kanal mache, heißt zum Beispiel über Filme reden oder über Serien oder auch ein bisschen ab und zu über Spiele, dann checkt doch gerne mal den Kanal aus und lasst doch liebend gern mal ein Abo da. Ich würde mich von Herzen bei euch bedanken und freuen. War das Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich dann auf derselben alten Couch wie immer. Und bis dahin bin ich raus. Ciao. Ciao.